Willkommen zurück zu Let's Play Tales of Silly. Im letzten Part haben wir eines dieser komischen sieben oder neun, was auch immer das war, Gegner besiegt, diese besonderen und, keine Ahnung, ein mysteriöses Juwel-Null dafür bekommen und Level-Ups gemacht und irgendwer hat hier die Spyrrix vernichtet und wir sind am letzten Kreis angekommen. Keine Gegner, fände ich super. Abwerfen, auch wenn ich gerade alle benutzen könnte, aber es dauert mir zu lange und nötig haben tue ich es nicht. Hallo Leute, warum seid ihr nicht geflohen? Glitzer, ich habe dich noch gesehen. Was habt ihr schnell zu sagen? Nichts wirklich. So, hier können wir natürlich nicht rein. Glitzer. Hier können wir auch nicht rein. Da auch nicht. So, was ich jetzt herausfinden will. Handflächenschlag. Äh, ja. Wann wird Handflächenschlag jetzt zu was? Ähm. Ich glaube, das wird mal kurz zum Schwalbentanz. Die Wirbelattacke wird zu Handflächenschlag. Handflächenschlag. Da. Verdammt, ich wollte ja so. Weil, bei, 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 bei dem ersten war es ja so, dass man gedruckt halten muss. Und das ging halt nur mit Kreis. Szene? Ja, sonst wäre das andere nicht abgebrochen. Ist das nicht ein Feind? Ich glaube, ich glaube, ich werde jetzt nicht gut sein. Das Ort sieht gut aus. Du weißt, woher jeder ging? Einige Leute sind früh früh früh. Ich weiß nicht mehr, es war Puh. Hast du gesehen, die Attacken? Meh. Die Soldaten haben uns wie eine Waffe. Sie wurden leden von einem Mann mit einem großen Waffe. und eine Flüssige Frau. Also, das wird es. Das wird es. Sie sagten uns, dass sie alle letzte Spyrricks verletzten. Dann haben sie uns zu retreiten. Sieht wie etwas, er würde es sagen. Wait, er kann nicht sein. Gaius muss sich planen, um alle Spyrricks in der ganzen Welt zu eliminieren. Juste zu stoppen den Otherworld-Reaktor-Plan? Ist das ein bisschen extrem? Nein, es ist ein Plan. Olympias' Situation wird nicht mehr, als er hat die Spyrricks. Selbst wenn der aktuellen Plan ist gehalten, jemand anderes wird in der Zeit kommen mit etwas ähnliches. Mit Eliminieren Spyrricks, Gaius geht direkt zum Grunde des Problems der zwei Welt. Das ist ein Problem. Sieht wie viel Arbeit. Aber wenn Gaius ist, er ist ein Problem. Dammit, das macht Baelin in Gefahr. Ich suche sie auch ein paar Besuche. Ich suche sie. Ich weiß, was du etwas von jemandem Gäuschen? Er ist ein Spyrricks-Engineer. Du kannst ihn finden, in der Spyrricks-Ressern. Was? Was? Offiziell ist es der Militär-Research-Wing, aber ich würde nicht deine Hoffnung aufhalten. Die Freakse sind wahrscheinlich immer noch schrecklich. Ich bin... Ich bin... Ich bin nur über Gaius. Ich höre mal diese Sache mit dem. Punkte werden weitergeskippt. Und normalerweise darf man diese Dreierpunkte nicht automatisch, sondern manuell wegskippen. Ja, sorry Leute. The sappy stuff will have to wait. Alright, thanks. So where's this military research wing anyway? Just ahead. If it's still standing. Be careful. You... High and little? You sure you're gonna be okay? Save it, I'm fine. This Skippen in letzter Zeit von mir ist irgendwie... Be careful when experimenting with new martial arts, Jude. I know. If I don't have the timing down, I might leave an opening for our enemies. Was sind das für komisch grünleuchtende Gegner? War das der extra Schlag? Ach, das ist Zervoschlag. Entschuldigung. Ja, oder? Der wirbelt jetzt einmal mehr. Was? Willst du mich verharschen? Wo ist jetzt was drauf? Ich mach ständig nur zwei... Zwei Richtungen und auf einmal kommen drei Sachen. Okay. Warum ist Schwalbentanz gekommen, wenn ich die ganze Zeit das hier gemacht habe? Gute Frage. Okay. Das ist klar. Aber... Ich glaube, hier ist immer noch nicht... Nachfolgen. Soll ich zuerst eine andere verwenden? Das habe ich ja auch getan. Helden holt. Was musst du auf einmal da? Hi. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Auf damit. Ich weiß das doch nicht. Ich habe keine Ahnung. Wasser und Erde Schwäche. So, von hier sind wir gekommen oder wie? Geschäftstrakt? Von hier sind wir gekommen. Wo gehts hier lang? Ich hoffe nicht daran, wo wir sollen. Oh Gott, nein. Sag mir nicht, dass das alles so... ...sofern... ...you know? Verwohnt ist. Zu viele Gänge. Are you fucking kidding me? Also, alle Höhenstraße. Wo soll das jetzt sein? Was auch immer. Mal gucken, ob wir da überhaupt hin können. Bin ich doch der Meinung gewesen. Okay. Ich muss hier mal X drücken. Kann man sich noch nicht mal in Ruhe kratzen. Oh. Sackgasse. Hi. Tschüss. Zu viel muss man jetzt nur noch nicht kämpfen. Aber das ist jetzt wirklich mit der... Ähm... ...verinderte Arzt 2... Ich hab echt keine Ahnung. Null. Was jetzt genau damit gemeint ist. Naja, früher oder später werde ich's erfahren. ...wahrscheinlich erst später. Also... ...nach noch einer Aufnahme-Session aber... ...soll's. Ist ja nicht so, als ob dann schon das Spiel zu Ende wäre. Aha. Hier haben wir also so ziemlich... ...Herald-Maske. Das Gesicht ist verrückt... ...der verrückten Wissenschaftlerin aus dem Superhit. Die Befreier des Schicksals. Kann mir einer sagen, woher das ist? Ich kenn's nämlich grad nicht. Aber ey, so fehlen uns jetzt eine Stadt neu nur noch. Aua, das wollte ich nicht. Nur noch... Äh... ...8. Äh, ja. Äh... Dieser komischen lila Ding an. Salve-Schlag! Du kriegst jetzt volle Salve mit extra Schlag. Nichts hat Salve statt Salve gesagt. Ist doch auch egal. Miller, spar deine TP. Oh, streichelt sie, Kipo. So, was haben wir hier noch drinnen? Puh... Puh... Okay. Schaffe ich an dem vorbei? Ja, ich schaff's an dem vorbei. Frage ist, schaffe ich es auch noch zurück an dem vorbei? What? Will ich da hin? Ich glaube, ich will da hin, nachdem ich hier einmal kurz um die Ecke war. Oh, wieder so ein Schieberätsel oder was? Oh, warum klettern? Greifen. Was ist daran jetzt eigentlich schwer? Es gab welche, die waren viel schwerer. Äh, ja. Für 7.000 Geld bin ich jetzt. Okay. Nevermind. Natürlich muss ich endlich wieder rasen. Naja, diesen langen Bosskampf habe ich jetzt irgendwie vergeigt. Weil da hätte man schön für den Titel Elvenherz Alley farmen können. Aber, naja, was soll's. AZ Bonus. Ich glaube, wir haben 5. Insgesamt. Aber ich glaube, es ist gut, dass ich mit Elven gespielt habe. gegen diesen komischen Boss. Der für Schaden machte aber dennoch irgendwie leichter war, als ich mir hätte vorgestellt, als so einer dieser 9, 7 oder so Bossen. Wie viele auch immer das jetzt waren. Spezial Plus. So, wollen wir mal in E9. Und der Rest ist gesperrt. Oh Gott. Zuerst hier lang. Was? Ohne Scheiß, bin ich richtig gegangen? Was ist das? Ohne Scheiß. Das ist klar, dass sie einen Spyrite mit den Informationen, die Exodos ihnen gelegt hat. Was heißt Volt. Interessant. Also, Gilland wirklich versucht Olympias zu retten mit Spyrites zu retten. Was? According zu diesem, das Spyrite war über eine halbe Stunde vor. Das klingt, dass es eine der Gründe für den Chaos, die hier passiert. Wo ging es? Ich weiß nicht genau, aber es sieht, dass es auf einer der Flüge über uns kam. Was denkst du? Es ist wert, dass es sich zu schauen. Warum sagst du das? Ich habe keine Beweise, aber ich glaube, Gaius hat sich aktiviert. Wenn er das gemacht hat, wir sollten ihn näher finden. Aber was wäre sein Motiv für benutzen Spyrite? Ich habe das gleiche Frage. Ich denke, dass es wichtig, dass wir ihn in Kontakt kommen. Ich denke, dass er nicht mit ihm ist. Jude, es ist nicht, dass ich ihn nicht möchtet. Aber wenn Gaius ist tot, dass er alle Spyrite zu retten, wenn wir ihn nicht sagen können. Ich denke, dass er alles zu hören wird, was wir sagen müssen. Wir werden die Brüge über die Brüge übernommen. Wenn das sein Ziel ist, dann muss ich es einfach zu stoppen. Du sagst das jetzt. Aber wir wissen alle, wie viel du ihn erhebt hast. Wie du erhebt, Mila. Bitte, Rowan. Es gibt nichts dafür. Wunderschöne. Du bist sicher, dass du nicht zurückgekehrt in front des Hero-Kid? Hey! Jude braucht nicht ein Lekture von dir. Ja! Wer hat dich und hat dich gemacht, Huncho? Es ist okay. Ich liebe Gaius. Aber das bedeutet, dass ich ihn folgen muss. Ich kann mein eigenes. Otherwise, ich werde nie machen meine eigenen Entscheidungen. Ich werde nicht sein, wie ich will. Well said. Okay, ich bin richtig gegangen. Das wollte ich nun eigentlich nicht, aber wenn wir schon mal hier sind, machen wir das einfach. Erkunden kann man später ja auch noch. Sirup habe ich, glaube ich, nie benutzt. Noch eine Szene? Okay, Leute, bis zum nächsten Mal. Dann konnten wir hier weiter. Bis dann. Viel Spaß und Tschüss. Tschüss.